Ja, mich hat ja eh schon immer interessiert, was der 1,40mm offen, ja, so an Geschwindigkeit macht, natürlich GPS mäßig. Ja, original ist er ja natürlich nicht offen. Hier gibt es ein Stage 2 Video, wie er über die Autobahn rast, das ganze Tagsüber. 293 fährt der Spitze im Video, er hat aber auch schon in den Kommentaren geschrieben, dass abends natürlich mehr gehen würde. Ja, ohne Verkehr ist ja natürlich klar, tagsüber ist viel zu viel Verkehr, da kannst du eigentlich fast nicht mal so schnell fahren. Hier eine Stage 2 ist drauf, original ist er natürlich ja nicht offen, hat mich aber generell schon immer interessiert, weil der so schnell auf 250 ist, das ist nicht normal. Also der geht viel, viel mehr und ja, ich würde mir einfach sagen, wir schauen uns das Video an und ja, gib ihm. Also hier hat er noch sein Handy dazu gelegt mit einer, ja, GPS Anzahl. Jawohl, Vogelscheiße hier drauf. Schon 250, also geht echt flott. Na, hier rast er an einem R-König vorbei, was ist das für ein Fahrzeug? Sieht mir auch nach einem BMW aus, glaube ich. Also schaut so aus. 260, 270, 82. Also 280 hat er so schnell, also bis 280 zieht er auf jeden Fall echt gut. Danach, okay, dauert es vielleicht ein bisschen her, aber da geht schon einiges. Wir gehen mal ein bisschen her weiter vor. Ich habe schon mal geschaut, Top-Wert erreicht. Also das Tacho geht ja eh nur bis 260. Ich weiß nicht, ob die digitale Anzeige dann unten mehr anzeigt. Weiß ich gar nicht. 270, 280, 293. Also das ist der Top-Wert, den er da gefahren ist, 293. Danach muss er auch abbremsen. Wie gesagt, also der fährt 460 PS, Stage 2, 640 Newtonmeter. Geht richtig, richtig gut. Würde ich auch am liebsten fahren, aber dafür braucht man eine Downpipe. Der hat eine HJS Downpipe drin. Ja, ist geil, auf jeden Fall. Also würde ich auch gerne fahren. Wie gesagt, aber dazu müsste dann erst eine Downpipe her und Stage 1 lohnt sich dann nicht. Ja, mal schauen, aber mal schauen. Also jetzt muss er auch abbremsen, weil natürlich tagsüber viel zu viel Verkehr ist. Wie gesagt, ich denke auch, 305 wird er so, ich denke mal Top-Speed machen. GPS-Wert natürlich, feier ich, feier ich.